Guten Morgen und willkommen zur nächsten Herausforderungszeit. Heute machen wir eine besondere Herausforderung. Du siehst es nicht, aber ich bin hier in Shorts und T-Shirts unterwegs und es ist relativ kalt. Und darum dreht sich auch unsere Challenge. Denn wir gehen diese Woche bzw. nächste Woche zusammen eine Woche lang kalt duschen. Für drei Minuten morgens unter die kalte Dusche. Leider ist meine Dusche kaputt, deswegen musste ich mir was anderes einfallen lassen. Das ist der Grund, warum ich jetzt jeden Morgen 10 Minuten in kurzer Hose und T-Shirt draußen unterwegs bin bei den aktuellen Temperaturen. Was ebenfalls sehr erfrischend ist und wo man dann doch sehr kalt wird. Aber für dich die Herausforderung, jeden Morgen nächste Woche von Montag bis Sonntag kalte Duschen. Mindestens drei Minuten morgens, wenn du dabei sein willst, schreibst du in die Kommentare. Ich bin dabei und kommentiere es dann am Sonntag unter dem Video, ob es für dich geklappt hat, ob es nicht geklappt hat. Du kennst die Prozedur bereits. Wie gesagt, nimm nur daran teil, wenn du wirklich daran teilnehmen willst. Wenn du dich wirklich dahin committen möchtest. Und dann würde ich mich freuen, wenn möglichst viele Leute dabei sind. Und ich beende jetzt hier mal meine kalte 10-minütige Morgenrunde, die super geil erfrischend ist. Und mittlerweile, also man gewöhnt sich an die Kälte und dann ist es relativ entspannt. Ich glaube, ich könnte jetzt auch länger als 10 Minuten hier rumlaufen. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich halt dran. Und von daher neue Herausforderungen, 10 Minuten, nee, Quatsch, 3 Minuten, kein Duschen. Nächste Woche, ich hoffe, viele von euch sind dabei. Bin gespannt, was ihr dann am Sonntag zu berichten habt.